Dominique Volnitschek, félicitations pour la victoire. Für toi, 2 Goals, les 2 premiers de la saison, homme du match, c'est parfait. Ja, ja, es ist schön, endlich mal getroffen zu haben. Ich glaube, nicht nur der Klub, also alle Fans hier rundherum haben gewusst, dass es für mich ein bisschen schwierige Zeit ist, die letzten 2-3 Monate. Für mich ist es nicht so gelaufen, aber ich bin umso mehr froh, dass ich mit diesen 2 Goals eigentlich heute helfen konnte, dass wir endlich wieder mal 3 Punkte haben, ja. Et surtout avant une semaine très importante, comment tu abordes cette semaine très, très importante? Ja, wir wissen, es kommen 3 derbys, sicher mal am Dienstag gegen Fisp. Sie sind auch nicht gut getroffen, ich weiss nicht, was sie heute gemacht haben, wie sie heute gespielt haben, aber wir wissen, sie sind sicher nicht in Form und das müssen wir ausnutzen, weil wir haben jetzt mit dem 4-0 heute sicher ein bisschen Fahrt aufholen, also ein bisschen Gas geben, sagen wir es so. Und nachher ist Martini, Martini haben wir zu Hause verloren, mit denen haben wir noch eine Rechnung offen und das zweite in Martini wird auch nicht leicht. Ich glaube, die Rivalität zwischen allen Teams ist da zu spüren im Wallis und wir wollen einfach Nummer 1 sein, ja. Merci beaucoup Dominique et Vestation encore.